So, ich wollte euch gerade mal diese Malzpaste empfehlen. Die bekommt Möpschen jetzt immer ins Nassfutter, weil sie doch jetzt des Öfteren mal gekotzt hat, weil sie sich ja nicht so gut kämmen lässt und sie schluckt ja doch so einige Haare, wenn sie sich leckt. Ne Möpschen? Und diese Malzpaste hier, ja, die kam eigentlich immer ganz gut. Gut, habe sie jetzt längere Zeit nicht mehr genommen, haben wir jetzt wieder gekauft und dann wird das wieder funktionieren, ne Möpschen? Oder? Ja, ne? Also diese Malzpaste. Für Haare, damit sie auf dem natürlichen Weg ausgeschieden werden und nicht zum Rauswirken. Wow.